Mein Beruf als Polymech ist technisch sehr interessant, abwechslungsreich und man muss sehr gut präzise arbeiten können. Speziellste Arbeitsgeräte sind die grossen, computergeschütteten Maschinen, die wir die Kundenteile, die unsere Kunden gekauft haben, produzieren. Für einen Polymech-Lehrer muss man sehr gutes technisches Verständnis haben. Logisches soll ja auch räumliches denken. Ein typisches Klischee für meinen Beruf ist, dass man nur auf Knöpfe drücken kann. Das stimmt nicht, man soll mechanisch sehr, sehr forciert und müssen viele Schrauben lösen oder irgendetwas reparieren. Ja, da ich 어디 wo? Awار. Das L año 5 und末 Nummer 410 Eenvoraal過 After-Telefon wird geschehen. Doch Mansel wird geschehen. Vielen Dank.